Jetzt geht es um den Titel 2010. Das Parkett ist vorbereitet und im Finale wird ein etwas veränderter Modus getanzt. Im ersten Tanz, dem wunderschönen langsamen Walzer und beim letzten Tanz, dem Quickstep, haben Sie und auch die Wertungsrichter die Möglichkeit, jedes Paar für eine Minute 15 auf dem Parkett ganz alleine zu erleben. Tango, Wiener Walzer und Slowfox werden dann wieder in einer Sechsergruppe getanzt und dann steht fest, wer der Weltmeister 2010 ist. Das ist das Überraschungspaar, Dimitri Scharkow und Olga Kulikova, die russischen Vizemeister, sie haben seit heute Mittag in der Vorrunde. Tolle Leistungen gezeigt und sind hier völlig verdient im Finale. Dimitri Scharkow und Olga Kulikova beim langsamen Walzer. Walzer, er wird ja charakterisiert durch langsame, gleichmäßig schwingende, raumgreifende Drehbewegungen. Ein wunderschöner Tanz und die beiden haben das wirklich...